hallo liebe freunde der kirchengeschichte herzlich willkommen zu diesem video über die frage was ist eigentlich ein pietist oder was ist der pietismus ich rede da in meinen lehrveranstaltungen hier an der evangelischen hochschule tabor so oft darüber dass meine studierenden mir irgendwann mal ein t shirt dazu gemacht haben dass ich jetzt hier auch gerade an habe mit dieser frage genau was ist eigentlich ein pietist und ich hoffe dass ihr nach diesem video auf diese frage eine gute antwort geben könnt pietismus was soll das sein das wort kommt aus dem lateinischen im lateinischen heißt das wort pietas so viel wie glaube oder frömmigkeit und um 1680 herum fängt man an aus diesem lateinischen begriff heraus eine gruppe von menschen als frömmler zu deklinieren sozusagen zu definieren sie so zu bezeichnen das war erst mal ein spott name das sind die frommen die frömmler das waren menschen die sich um eine geistliche erneuerung bemüht haben lutherische kirchenchristen die halt frömmler sein wollten als so der normale kirchgänger der sonntags nur so zur kirche ging und wir werden das gleich sehen was das für menschen waren es war zunächst ein spottname bis dann so ende der 1680er jahre diese frommen anfingen zu sagen ja was ist eigentlich so schlimm daran sich als frommer bezeichnen zu lassen als jemand der ernsthaft glaubt und so fingen sie auf einmal ende des 17 jahrhunderts an sich selbst auch mit diesem begriff zu bezeichnen wir sind pietisten also menschen denen glaube und frömmigkeit sehr wichtig ist im sommer 1689 bricht an der universität leipzig ein streit über diese frage aus da gibt es solche frommen solche pietisten die jetzt so bezeichnet werden und die ja mit mit anderen menschen auf einmal im streit liegen weil ihnen vorgeworfen wird dass sie irgendwie nicht richtig fromm sind oder zu fromm sind oder was auch immer und in diesen ganzen streitigkeiten tritt dann ein professor der universität leipzig auf der hieß joachim feller das war ein rhetorik professor oder ein poesie professor also er beschäftigte sich mit gedichten und wie man gut etwas ausdrücken kann dieser joachim feller war ein pietisten freund und er ergriff irgendwann mal die gelegenheit als er eine leichen rede halten musste also eine beerdigungsansprache würde man heute sagen ein student war gestorben und dazu dichtete er für die beerdigung ein gedicht über diesen studenten und da baute er jetzt diesen konflikt um diese frommen menschen mit ein und formulierte in diesem gedicht zwei zeilen die klassisch geworden sind und die bis heute eine definition für pietismus darstellen die auch meine studierenden in tabor immer auswendig lernen müssen und die auch auf der rückseite meines t-shirts steht so sieht das aus was ist ein pietist einer der gottes wort studiert und nach demselben auch ein heilig leben führt das wollen wir uns jetzt noch mal etwas genauer anschauen hier noch mal die definition im wortlaut von joachim feller der gottes wort studiert und nach demselben auch ein heilig leben führt darin sehen wir eine grunddefinition die bis heute gültig ist was woran man einen pietisten erkennen kann ein pietist ist also erstmal jemand der gottes wort studiert gottes wort ist die bibel nach christlichen verständnis und und ein pietist ist also auf jeden fall jemand der viel in der bibel liest er studiert die bibel ihm ist es wichtig die bibel richtig zu verstehen die bibel hat über 1000 seiten da hat man viel zu studieren und zu lesen und pietisten gucken sehr oft in die bibel also man kann sagen ein pietist guckt eigentlich täglich in die bibel er schaut da rein er studiert sie und er studiert sie nicht einfach nur so aus spitzfindigem interesse was steht da so alles drin so wie man einen roman liest oder ein lexikon oder irgendwas sondern er möchte aus dem studium von gottes wort sein leben verändern der gottes wort studiert und nach demselben auch ein heilig leben führt also ist heute ein bisschen komisches deutsch und nach demselben also der auch nach gottes wort ein heiliges leben führt ein pietist liest in der bibel und versucht das so umzusetzen was er dort findet in der bibel dass das sein leben verändert und er dann zu einem heiligen lebenswandel führt ein leben zu einem heiligen lebenswandel kommt zu einem leben das wirklich das wesen gottes und den willen gottes widerspiegelt das ist ein pietist einer der in der bibel liest und versucht danach zu leben könnte man sagen der joachim feller der das hier 1689 so formuliert hat der war auch selber ein pietist er outete sich quasi in bei dieser beerdigungs ansprache damals 1689 und ein paar zeilen weiter in dem gedicht sagt er dann auch zum schluss ich selbst will hiermit gestehen ohne scheu dass ich ein pietist und schmeich und heuchelei sei er bekannte sich also dazu er ist auch ein pietist einer der gottes wort studiert und nach demselben auch ein heilig leben führt solche menschen wurden im laufe des 17 jahrhunderts ende des 17 jahrhunderts immer mehr so dass man dass eine bewegung daraus entstand die bewegung des pietismus so zwischen 1690 und 1730 hatte diese bewegung so ihre hochphase und in dieser zeit wird der begriff pietismus und pietisten jetzt allgegenwärtig erstand auf einmal in den zeitungen der pietismus war eine gesellschaftsprägende kraft anfang des 18 jahrhunderts es wurde viel darüber diskutiert immer mehr menschen haben sich selbst so bezeichnet ich bin ein pietist und so 30 40 jahre lang ist der pietismus in aller munde bevor er dann langsam so ein bisschen aus dem gesellschaftlichen bewusstsein verschwindet er wird dann im grunde von der aufklärung verdrängt die tritt dann ihren siegeszug an und der pietismus gerät dadurch etwas ins hintertreffen pietisten bleiben aber so das ganze 18 jahrhundert noch sehr stark von bedeutung und im blick nun könnte man sagen ja was ist ein pietist der gottes wort studiert und nach demselben auch ein heilig leben führt macht das nicht jeder christ also dass man in der bibel liest ist für evangelische christen zumindest und heutzutage auch für viele katholiken eine selbstverständlichkeit und nach dem was man in der bibel findet leben zu wollen das ist das nicht die grunddefinition von allen christen auf der welt sind dann nicht letztlich alle christen irgendwie pietisten oder wie könnte man das sagen tatsächlich ist es so dass ja diese formel eine sehr weite formel ist und unter der sich sicherlich auch ganz viele menschen wiederfinden die nicht sagen würden dass sie pietisten sind und trotzdem sagen ich lese aber die bibel und versuche danach zu leben von daher muss man jetzt noch ein paar engere aspekte dann noch mit reinnehmen die den pietismus kennzeichnen und das erste kennzeichen eines pietisten ist das thema bekehrung das hat sich auch so im 18 jahrhundert entwickelt dass pietisten angefangen haben zu sagen ich habe mich bekehrt also sich das heißt ich habe früher ein leben ohne gott gelebt und dann bin ich umgekehrt und habe angefangen jetzt ein bewusstes leben mit gott zu führen das ist das entscheidende lebensdatum pietisten würden sagen bei meiner bekehrung bin ich christ geworden vorher war ich noch gar kein christ da war ich zwar getauft als kleines kind und bin vielleicht sogar in die kirche gegangen ab und zu oder öfters aber ich war noch kein wirklicher christ erst seit meiner bekehrung seitdem ich mich bewusst dafür entschieden habe ein leben mit gott zu führen seitdem ich angefangen habe persönlich zu ihm zu beten und eben nach gottes willen wirklich zu fragen und zu suchen und den auch umsetzen zu wollen im leben seit dieser bekehrung bin ich wirklich christ viele pietisten fingen dann auch an ihr bekehrungs erlebnis zu erzählen dass sie das geschildert haben wie war das vorher wie gottlos habe ich vorher gelebt und wie war dann dieser tag an dem meine bekehrung stattgefunden habe viele haben da einen bußkampf durchgemacht einen ringen will ich wirklich mit gott leben will ich ein anderes leben führen und haben sich dann dazu durchgerungen ihr ganzes leben gott auszuliefern und seitdem sozusagen wirklich nach dem willen gottes und mit gott in persönlicher verbindung zu leben viele können sich an das datum erinnern oder haben sich dieses datum gemerkt ihrer bekehrung seit wann das bei ihnen so ist auch bei mir persönlich ist es so ich weiß mein bekehrungs datum seit dem 13 7 1978 da war ich 13 jahre alt da fing bei mir das bewusste christsein an und vielleicht war ich auch schon vorher ein christ seit diesem tag habe ich das aber ja ganz bewusst auch gott gegenüber so ausgedrückt ich will wirklich mit ihm leben und pietisten sagen das ist dann die wiedergeburt wenn an dem tag der bekehrung wirst du ein neuer mensch jesus sagt das in johannes 3 vers 5 wenn wer nicht neu geboren wird der kann das reich gottes nicht sehen werden nicht noch einmal geboren wird wiedergeboren wird ein bewusstes christsein zu beginnen ist wie ein neues leben anzufangen ein leben mit gott zu leben ist was ganz anderes als ein leben ohne gott zu leben heute die pietisten die es heute gibt die reden immer noch von bekehrung und wiedergeburt sie machen das nicht mehr so schematisch wie in den anfängen des pietismus und sagen erzähl mir deine bekehrungsgeschichte und wenn du da nichts erzählen kannst dann bist du kein wahrer christ oder so es geht eher darum dass man heute fragt lebst du in der hinwendung zu gott lebst du mit gott hast du eine persönliche beziehung zu jesus fragst du nach seinem willen liest du in der bibel versuchst du danach zu leben dann bist du ein wiedergeborener christ auch wenn du dein datum nicht weist oder irgendwie auch wenn du da rein gewachsen bist so als kind oder jugendlicher und dich gar nicht mehr an ein leben ohne gott erinnern kannst entscheidend ist dass du heute in gemeinschaft und in der hinwendung zu gott lebst das ist pietisten ganz wichtig ein zweites thema was pietisten wichtig ist ist die gemeinschaft wer so mit gott lebt ganz bewusst der sucht auch andere menschen die auch so mit gott leben zur vergewisserung zur stärkung pietisten gehen in den gottesdienst sonntag und sie gehen auch darüber hinaus noch in andere veranstaltungen in bibel gesprächskreise und oder in hauskreise in an zu anderen treffen wo man miteinander verbunden ist mit anderen wiedergeborenen christinnen und christen und wo man sich stärken kann wo man erzählen kann was man so mit gott erlebt und ja das kennzeichnet den pietismus von anfang an philipp jakob spener hat das erfunden die kollegia pietatis sozusagen hauskreise bibelgesprächskreise dass es über den gottesdienst hinaus gruppen gibt wo wir uns über unseren glauben austauschen am anfang nannte man das konventikel später gemeinschaften gemeinden wo man sich gegenseitig ermutigt in einem lebendigen glauben also wenn du die bibel liest versuchst danach zu leben wenn du dich zu gott hingewendet hast wenn du dich bekehrt hast oder bekehrt worden bist wenn du die gemeinschaft mit anderen suchst denen es ähnlich geht dann kann es gut sein dass du ein pietist bist und das dritte was dazu kommt ist daneben das bibelstudium also der gottes wort studiert das heißt wirklich ich lese die bibel als meine lebensrichtschnur ich möchte danach ein heilig leben führen ich möchte das ernst nehmen was in der bibel steht und wenn in der bibel steht dass jesus sagt liebt eure feinde dann versuche ich das am nächsten tag in meinem leben umzusetzen und meinen feind zu lieben ganz praktisch die bibel die bibel ist die lebensrichtschnur sie wird persönlich studiert viele pietisten lesen jeden tag einen abschnitt aus der bibel viele machen das morgens in der sogenannten stillen zeit ist man so ein schlagwort wie man das so nennt dass man eben bevor so der tag beginnt weil sich zeit nimmt für die stille zum gebet einen abschnitt aus der bibel zu lesen sich darüber gedanken zu machen viele treffen sich abends zum austausch über bibeltexte die bibel spielt eine große rolle um sie ins leben umzusetzen und das das ist dann der nächste punkt der pietisten sozusagen weiter kennzeichnet und pietisten nennen das die heiligung die heiligung ist die veränderung des alltäglichen lebens es geht in die ethik hinein ich suche nach gottes willen und ich will in der kraft gottes mein leben verändern und pietisten sagen und das passiert auch veränderung ist möglich ich bete um veränderung ich meinetwegen ich möchte meinen feind wirklich lieben obwohl ich ganz tiefe hassgefühle habe ich bitte gott dass er meine hassgefühle überwindet dass er ja dass er sie mir wegnimmt oder dass ich trotzdem in seiner kraft schritte auf meinen feind zu gehen kann oder dass ich meinen neid überwinde oder was das ist die heiligung und das kann gelingen in der kraft gottes der nach demselben auch ein heilig leben führt das ist das ziel mein leben soll verändert werden ich möchte ein mensch werden der von gottes willen neu durchstrahlt wird dieses bewusstsein kennzeichnet pietisten ein weiterer punkt der pietisten kennzeichnet ist die verbundenheit mit anderen gläubigen man denkt im pietismus nicht mehr so sehr in verschiedenen kirchen oder konfessionen und sagt wir sind die guten ihr seid die schlechten sondern man sieht überall in verschiedenen kirchen und gruppen und freikirchen und so sieht man überall gläubige die ein leben mit gott leben die bekehrt und wiedergeboren sind die gemeinschaft suchen die in der bibel danach suchen wie sie ein heiliges leben führen können und mit all diesen menschen ist man und fühlt man sich eng verbunden im glauben und ja das gibt eine große ökumenische offenheit auch vielfach ist das so dass man sagt wir sind mit allen christen aus der evangelischen allianz heute so ein verbund verbunden das sind sozusagen gläubige denen wir sehr seelen verwandt sind und glaubens verwandt egal ob sie aus der landeskirche oder aus freikirchen kommen oder aus landeskirchlichen gemeinschaften ein sechstes und letztes kennzeichen des pietismus das war im ursprung die abgrenzung zur welt in den anfängen des pietismus hat man das sehr stark gemacht dass man gesagt hat die welt sind die ungläubigen und wenn jemand christ wird wenn er sich bekehrt und wiedergeboren wird dann ist er ein anderer mensch und dann gehört er jetzt zu einer ganz anderen gruppe der menschheit und diese beiden gruppen sind voneinander geschieden kann man sagen wir gläubigen wir sind die kinder gottes und die anderen nicht und von denen muss man sich fernhalten damit man nicht wieder beeinflusst wird und vom glauben wieder weggezogen wird also es gibt eine sehr starke schwarz weiß tendenz so das leben zu verstehen das steckt so ganz tief im ursprung im pietismus dass man so ein eigenes volk ist sozusagen und sich von den anderen fernhält man macht dann bei vielem auch nicht mehr mit was die welt so macht man geht nicht mehr tanzen oder aufs schützenfest man betrinkt sich nicht mehr man geht nicht mehr in wirtshäuser man spielt keine karten mehr man trinkt keinen alkohol mehr man raucht nicht mehr oder so viele sachen wo man sich dann auch vom lebensstil abgrenzt von dem was nicht christen so machen und das war ein starkes kennzeichen von pietisten über lange zeit das hat sich in den letzten jahrzehnten immer mehr aufgelöst würde ich sagen also die leute die sich heute noch pietisten nennen der sogenannte neu pietismus da gab es so seit den 70er jahren doch große veränderungen und öffnungen auch hin so dass man die gesellschaftliche kultur nicht mehr so stark ablehnt aber in vielen bereichen ist es doch tatsächlich so dass viele pietistische gläubige so bei norm vielen normalen kultur angeboten doch auch eher wenig mitmachen aber die abgrenzung ist heute nicht mehr so stark dass da hat sich schon auch was geändert grundsätzlich ist es so dass man sowieso verschiedene arten von pietismus unterscheiden muss nicht jeder pietist ist gleich und wenn dir in deutschland einer sagt ich bin pietist ist es vielleicht was ganz anderes als in süddeutschland man kann im grunde sechs verschiedene arten von pietisten unterscheiden die erste art ist der lutherische pietismus das sind also pietistische christinnen und christen in evangelischen lutherischen kirchen so fing das eigentlich alles auch an mit philipp jakob spener der war ein lutherischer pfarrer der so den pietismus in gang gebracht hat lutherische pietisten sind gemeinschaftsliebend sie gehen in landeskirchliche gemeinschaften sie treten auch nicht aus der kirche aus oder so sie finden auch luther gut und die evangelische theologie so kirchentreue fromme würde man vielleicht sagen eine besondere spielart des pietismus wurde dann der hallesche pietismus der auf august hermann franke zurückgeht dazu gibt es auch noch ein eigenes video dieser hallesche pietismus ja also franke hat war pädagoge er hat eine schulstadt gegründet und hier hat der pietismus ein starkes pädagogisches erziehungselement gekriegt das heißt auch disziplin spielt hier eine große rolle die halleschen pietisten haben dann auch mit dem preußischen staat sehr eng zusammengearbeitet und das hat dem pietismus auch so ein diszipliniertes gepräge gegeben sehr zuchtvoll sehr strukturiert und dann auch mit der welt im blick also der franke und seine halleschen anstalten die wollten wirklich die welt verändern und in die welt rausgehen um den einerseits den glauben zu verbreiten er hat missionen in gang gebracht aber auch sozusagen menschen zu erziehen auf eine art und weise so dass sie sozusagen mehr nach dem willen gottes leben könnten und wollten eine dritte spielart des pietismus ist in den reformierten kirchen entstanden also im kalvinismus es gibt also auch einen kalvinistischen pietismus ein herausragender vertreter dieser richtung war zum beispiel gerhard terstegen von ihm singen wir zum beispiel heute immer noch das lied gott ist gegenwärtig und gerade in diesem lied spiegelt sich das auch so ein bisschen wieder das ist ein sehr inniger pietismus ein mystischer pietismus kann man sagen der auch nicht so sehr auf die pfarrer geguckt hat sondern mehr auch so die laien aktiviert hat und sehr viel wert auf die stille gelegt hat die hallischen pietisten waren mehr aktivistisch würde ich sagen die reformierten pietisten waren oft etwas stiller und mystischer die stillen im lande eine weitere spielart ist dann der herrnhuter pietismus geworden dazu müsst ihr euch das video über nikolaus ludwig graf von zinzendorf anschauen der herrnhuter pietismus ist sehr weltoffen sehr ökumenisch hat viele kontakte auch zu anderen konfessionen die liebe zu jesus spielt da eine sehr große rolle und er hat auch eine große weltperspektive gehabt herrnhuter sind auch als missionare in alle welt gegangen und die herrnhuter brüdergemeinde gibt es bis heute viele lesen die herrnhuter losungen heute morgens das ist auch so etwas gottes wort studieren ist von herrnhut auch in die richtung interpretiert worden dass man sich so einen bibelferst so für den tag vornimmt und den meditiert das haben sie bis heute so in die christliche welt mit hineingetragen ein besonderer pietismus ist dann auch noch der schwäbische pietismus geworden heute würde ich sagen ist das der stärkste pietismus in deutschland vielleicht auch so die einzige gegend in deutschland wo sich menschen auch bewusst heute noch so titulieren und nennen ich bin ein pietist oder ein pietist und dort gibt es auch die meisten von solchen pietisten also kirchen treue fromme die zum gottesdienst in die kirche gehen aber auch noch daneben ihre stund haben ihre gemeinschaftsstunde wo man sich zum biblischen austausch trifft der schwäbische pietismus ein großer vertreter davon war johann albrecht bengel da gibt es auch noch ein video dazu ja was hat der so für besondere akzente der schwäbische pietismus ist oft sehr theologisch grüblerisch man forscht wirklich in der schrift man versucht da was rauszukriegen man bleibt auch bewusst in der kirche die allermeisten pietisten und man beschäftigt sich mit tiefen fragen auch mit endzeit fragen ob jesus bald wiederkommt eine letzte gruppierung die nicht mehr so kirchen treu war ist dann der radikale pietismus das sind pietisten die schon im 17 18 jahrhundert sich bewusst von der kirche abgewandt haben und gesagt haben wir machen unser eigenes ding wir gehen gar nicht mehr zum gottesdienst zu unserem pfarrer wir gründen eigene kommunen und gruppen so eine art freikirchen wobei freikirchen waren damals noch gar nicht erlaubt es gab noch gar keine vereine oder so von daher waren das dann separatistische konventikel wie man sie genannt hat also auch das gibt es es gibt sehr kirchentreue pietisten die sonntags morgens ganz normal erstmal im kirchengottesdienst sitzen es gibt aber auch radikale also dieses wort radikal ist natürlich ein bisschen komisch weil es hat sowas negatives wir denken an rechtsradikale oder was weiß ich das sind natürlich keine gewalttätigen christen sondern radikale pietisten sagen einfach wir uns geht der normale pietismus nicht weit genug wir wollen noch frommer sein noch kirchen kritischer als die anderen pietisten ihr könnt euch das video über den radikalen pietismus mal anschauen wenn ihr da näheres wissen wollt eine große diskussion die in der heutigen pietismus forschung immer wieder auftaucht ist die frage ist der pietismus eigentlich eine epoche oder eher ein frömmigkeitstypus bei dem was ich euch gerade so vorgestellt habe ist es eher so dass ich gesagt habe die der pietismus ist ein frömmigkeitstypus das sind eben menschen die von bekehrung reden die gemeinschaft haben wollen die in der bibel lesen die heiligung wichtig finden die sich von der welt abgrenzen das ist ja ein frömmigkeitstyp diese richtung dass der pietismus ein frömmigkeitstypus ist die wird heutzutage von zwei forschern hier maßgeblich vertreten das ist einmal der martin brecht der 2021 verstorben ist und der hartmut lehmann die haben maßgeblich mit initiiert dass ein großes das forschungsbände rausgekommen sind die geschichte des pietismus in vier bänden wo man gesagt hat der pietismus ist ein frömmigkeitstyp der war ganz stark so um 1700 herum aber den gab es dann auch im 18 jahrhundert im 19 jahrhundert und den gibt es bis heute und auch die neuere neupietistischen bewegungen werden mit aufgenommen in die geschichte des pietismus ein anderer forscher der das nicht so sieht ist der johannes wallmann der auch hier bücher über den pietismus geschrieben hat 2021 verstorben johannes wallmann sagt pietismus ist der begriff für eine bestimmte epoche man sollte damit nur mit diesem begriff nur eine bestimmte historisch fassbare frömmigkeitsbewegung bezeichnen ebenso von 1675 bis 1775 ungefähr 100 jahre lang sagt johannes wallmann gab es in deutschland pietisten und es gab natürlich auch danach später noch fromme menschen aber die würde er jetzt nicht mehr als pietisten bezeichnen bei pietisten gab es nur im 18 jahrhundert seiner meinung nach und ja das wird immer wieder so als streit ausgetragen lohnt es sich diesen begriff pietismus auch heute noch anzuwenden wir an der evangelischen hochschule tabor haben uns da klar auf die seite von hartmut lehmann und martin brecht geschlagen und sagen ja es ist ein frömmigkeitstyp den es heute auch noch gibt auch heute gibt es noch pietisten und gar nicht so wenig die haben sich nämlich weiter gehalten und weiter verbreitet über zwischenbewegungen und die schauen wir uns jetzt mal an den ursprünglichen pietismus den nennen wir heute den barock pietismus weil die der eben in der kulturepoche des barock seine blütezeit hatte zwischen 1670 und 1730 danach ging es sozusagen mit diesem urpietismus etwas bergab die zahlennamen ab die pietistischen frommen menschen sind etwas mehr in den hintergrund getreten aber dann gab es um anfang des 19 jahrhunderts nach den napoleonischen kriegen eine große erweckung in europa und das hat ganz viel in bewegung gebracht es gab erst mal sehr viel politische turbulenzen französische revolution napoleon und so wiener kongress das ende des heiligen römischen reiches deutscher nation 1806 das hat viele menschen unter erschüttert und es ist eine neue epoche entstanden die wir heute die romantik nennen wo man ja wieder sehr offen wurde für übersinnliche erfahrungen und sich nach einem neuen vertieften geistesleben gesehnt hat und so wurden in deutschland ab 1820 immer mehr neue geistliche aufbrüche verzeichnet so 20 30 jahre lang da war sehr viel religiöse bewegung in deutschland und interessanterweise fast gleichzeitig auch weltweit überall das erreicht zu 1830 seinen höhepunkt und wir nennen das heute die erweckungsbewegung diese leute die in der erweckungsbewegung waren wie hier auch in auf dem bild was man hier unten sieht das ist glaube ich ein erweckungsprediger louis harms der in der lüneburger heide ist das sind leute die bezeichneten sich jetzt nicht mehr als pietisten aber sie haben im grunde diese typischen kennzeichen des pietismus neu aktualisiert und weitergetragen haben das mit missionseifer verbunden und man konnte jetzt auf einmal auch vereine gründen das wächst jetzt langsam und das hat dann schließlich dazu geführt dass ende des 19 jahrhunderts eine große organisierte bewegung entstanden ist also nach der erweckungsbewegung geht es erstmal wieder ein bisschen bergab mit dem geistlichen leben so mitte des 19 jahrhunderts und um 1875 herum entsteht dann die sogenannte gemeinschaftsbewegung jetzt durfte man vereine gründen und viele engagierte christinnen und christen aus den kirchen die so eine pietistische prägung hatten taten sich jetzt zusammen sozusagen zu pietistischen vereinen man organisierte neben dem kirchengottesdienst jetzt noch als verein zusatz veranstaltungen manche bauten auch häuser vereins häuser gemeinschaftshäuser wo dann kinderstunden stattfanden jungscharen jugendkreise und wo man bibelstunden abhielt und sich organisierte man trat nicht aus der kirche aus sondern blieb mitglied in der volkskirche in der evangelischen kirche aber wurde gleichzeitig noch mitglied in einer sogenannten landeskirchlichen gemeinschaft da gibt es auch ein eigenes video dazu über die gemeinschaftsbewegung wo man eben neben dem kirchengottesdienst noch in eigener verantwortung viele zusätzliche veranstaltungen entwickelte und anbot um das kirchliche leben ja neu lebendig zu gestalten diese gemeinschaftsbewegung organisierte sich dann 1888 in einem kleinen ort bei magdeburg namens gnadao da wurde eine konferenz abgehalten und man gründete dort oder verabredete die gründung eines verbandes für gemeinschaftspflege und evangelisation bis heute nennt man das den evangelischen gnadauer gemeinschaftsverband der ein netzwerk darstellt von ungefähr 200.000 evangelischen christinnen und christen die in verschiedensten vereinen werken gruppen gemeinschaften sich organisiert haben das nennen wir in tabor den neupietismus diese gemeinschaftsbewegung die eben die heutigen pietisten darstellt ich habe hier geschrieben 1870 bis 1910 das war so der höhepunkt dann gab es eine große krise die abspaltung von der pfingstbewegung und aber das heißt nicht dass die bewegung damit ein ende hatte wie gesagt bis heute gibt es diesen gnadauer verband der viele evangelische christen umfasst sozusagen eine letzte frage in diesem video möchte ich noch mit euch klären und das ist die frage ist der pietismus ein kind der neuzeit oder nicht also das heißt ist es etwas altes eltliches mittelalterliches sind das alles typen die irgendwie die zeit vergessen haben und gar nicht mehr in unsere zeit passen oder sind pietisten sehr zeitgemäße christen die eigentlich glaube genauso leben wie man es heute gut findet und haben muss mein plädoyer oder meine analyse heißt der pietismus ist tatsächlich eine sehr moderne erscheinung er ist ein kind der neuzeit es ist wirklich der versuch evangelischen glauben in die heutige zeit zu tragen in formen die heute verstanden werden und attraktiv sind wirklich eine art neuzeitlicher glaube was meine ich damit die neuzeit ist zum beispiel sehr individualistisch das ist einfach so da kann man gar nichts gegen machen wir denken heute alle sehr individuell jeder kann so seins machen und der pietismus sagt so kann doch auch glaube gelebt werden lebe deinen glauben so individuell wie du es möchtest du musst nicht immer genau so glauben wie der pfarrer das von oben von der kanzel verkündet sondern man darf ruhig seine eigene form von glauben finden und das wollen wir auch wenn wir eine landeskirchliche gemeinschaft gründen wir wollen unsere eigene art von glauben führen also allein dieses bekehrungsverständnis eine persönliche beziehung zu jesus zu haben und darauf das so zu betonen ist was typisch neuzeitlich ist pietisten sprechen deshalb auch gute leute an die wirklich um um sich selbst besorgt sind und sagen wie kann ich persönlich einen lebendigen glauben finden da haben pietisten viel zu sagen ein zweiter zug der neuzeit ist das große gewicht der ethik das kam durch die aufklärung auf dass moral einen ganz großen stellenwert bekommen hat dass der mensch erzogen werden sollte zu einem besseren leben und ja das ist eine frage die heute viele menschen haben wie kann ich ein besserer mensch werden wie kann ich ein gutes leben führen das auch gut ist für andere menschen und der pietismus sagt wir können euch helfen dabei wir sind ja heiligungsspezialisten der nach demselben auch ein heilig leben führt und ein heiliges leben ist ein leben das auf die ethik achtet dass das verhalten so gestaltet dass es auch für andere menschen eine wohltat ist dass wir menschen wirklich ein leben in der nächsten liebe führen eine dritte spielart denn oder ein dritter aspekt der die neuzeit kennzeichnet ist die erfahrungsorientierung früher im mittelalter hat man einfach alles sozusagen so geglaubt wie es die kirche gesagt hat und dann schon in der renaissance beginnt es dass menschen experimente machen selber wissen wollen erfahrungen machen eine ganze philosophische richtung entsteht der empirismus und so nach dem motto ich glaube nur was ich sehe die naturwissenschaften nehmen ein riesen aufschwung dadurch und pietistische christinnen und christen sagen das ist auch gut so wir nämlich wir machen glaubenserfahrungen und wir können darüber erzählen ein wichtiges element von pietisten ist zum beispiel das persönliche zeugnis dass man sich gegenseitig erzählt wie hast du denn jesus erfahren in der letzten woche und dann erzählt man von einer gebetserhöhung oder wo einem was in der bibel aufgegangen ist und erfahrung ist was ganz wichtiges pietisten sind christen die von erfahrungen reden können und damit sind sie neuzeitlich und modern und sie sind kirchenkritisch und auch staatskritisch also während man vor der neuzeit sehr staatshörig und kirchenhörig war emanzipieren sich die menschen dann immer mehr von staat und kirche und pietisten sind da so die vorreiter an frommen menschen die sagen wir kritisieren auch mal was an der kirche in der kirche ist nicht alles gut da liegt vieles im argen und wir kritisieren das und wir machen auch was dagegen und wenn die kirche das nicht selber hinkriegt und unser pfarrer das nicht selbst hinkriegt dann machen wir eben selbst was gründen einen eigenen verein und wir ruhen uns nicht mehr darauf aus dass die kirche uns alles vorsetzt sondern wo wir kritik haben da packen wir es eben selbst an so entfremdet man sich teilweise von der kirche das ist immer noch so bis heute in der gemeinschaftsbewegung ein spannendes thema wie stehen wir eigentlich zur landeskirche sehr kritisch aber trotzdem will man dazugehören das ist ein spannendes verhältnis was ja gerade in meinem video über die gemeinschaftsbewegung dann auch noch mal ein bisschen aufgedröselt wird insofern sind pietisten sehr neuzeitlich geprägte menschen im vergleich zu den atheisten oder aufklärerisch bewegten menschen gibt es aber einen großen unterschied dass nämlich pietisten sagen wir sind zwar so aber wir verbinden das weiterhin wie früher im mittelalter könnte man sagen mit einem grundvertrauen in die bibel und in die christliche dogmatik die klassische theologie der sogenannten altprotestantischen orthodoxie die finden wir gut wir glauben dass jesus am kreuz für unsere sünden gestorben ist dass er wirklich leibhaftig auferstanden ist und all solche sachen dass er auch sichtbar wiederkommen wird die klassischen theologischen punkte die von der aufklärung und der universitätstheologie immer mehr in zweifel gezogen werden pietisten haben da keine zweifel dran die vertreten das auch weiterhin diese klassischen theologischen punkte und sie vertrauen auch dem bibeltext auch wenn die historisch kritische methode in der universitätstheologie viele texte auseinander fuddelt und sagt das ist alles gar nicht wirklich passiert das hat jesus gar nicht wirklich gesagt pietisten wollen sich dadurch nicht das vertrauen in die bibel kaputt machen lassen sie gehen ja man könnte vielleicht sagen etwas naiv an die bibel ran oder vor wissenschaftlich sie sagen jedenfalls so ist die bibel gemeint dass man sie so nehmen soll wie es da steht und wir lassen uns dadurch ansprechen wir studieren die bibel und wollen sie ins leben umsetzen egal was die wissenschaftliche forschung sagt oder man geht in die wissenschaftliche forschung mit hinein und diskutiert und fragt ist das wirklich so kritisch zu sehen mit diesem bibeltext oder nicht da gibt es unterschiedliche herangehensweisen man vertraut der heiligen schrift mit einem gewissen grundvertrauen würde ich sagen und vertraut weniger der vernunft die für die aufklärung die lebensbasis für alles ist natürlich sind aber pietisten auch vernünftige menschen die auch ganz viel mit vernunft machen sie sind manchmal auch sehr rational mit auch wie sie an die bibel rangehen aber eben in einem vertrauen in die aussagen der heiligen schrift insofern kann man sagen der pietismus ist ein kind der neuzeit es ist eine sehr moderne form von glauben und es ist eine moderne bewegung die sich versucht hat auf das neuzeitliche bewusstsein einzustellen und die deswegen auch viele menschen die kirchen distanziert waren neu erreicht hat und gesagt hat ja so kann ich mir glauben wieder neu vorstellen und hier kann ich ja mitmachen hier kann ich so meinen eigenen weg finden hier kann ich erfahrungen mit gott machen und die bibel spricht jetzt wieder zu mir das hat für viele menschen einen echten lebendigen glauben gebracht das hat den pietismus zu einer missionarischen bewegung gemacht die menschen wieder neu für den christlichen glauben gewonnen hat es ist oft eine sehr attraktive bewegung auch für menschen die gemeinschaft suchen aber letztlich ist es natürlich auch eine gemeinschaft eine gruppe eine bewegung die gesellschaftskritisch ist die sich auch von manchem fernhält die sich von manchem ein bisschen entfremdet und ja also es hat so seine ambivalenzen zwei seiten des pietismus könnte man sagen ich hoffe das hat euch jetzt ein bisschen geholfen den pietismus etwas einzuschätzen jetzt mit diesem begriff etwas anfangen zu können so dass ihr also auf die frage was ist ein pietist auch jetzt etwas antworten könnt entweder es fällt euch selbst etwas dazu ein ansonsten empfehle ich euch einfach diese formel auswendig zu lernen ein pietist ist jemand der gottes wort studiert und nach demselben auch ein heilig leben führt